Jetzt kommt ein Liebesweg zu deinem Mann, das mein Steuerbehörter ist. Er ist der wichtige Mann meines Lebens, weil ich in Deutschland wohne und ich glaube, jeder Mensch in Deutschland muss seinen Steuerbehörter sehr lieben, lieben, lieben haben. So, der Steuerbehörter. Und er sagte mir, schau mal, Paula, weil die Steuerkleben für den normalen Mischmann ist einfach langweilig. Aber eine dreckige, kleine, feigerische Wuster und eine feste, dicke, kontratische, deutsche Steuerbox. Ach, das macht mich mal. Wunderbar. Musik 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 Musik